Herzlich willkommen zur iMED-Akademie. In den Vorträgen zur Orthologenzahnmedizin möchte ich Ihnen in wenigen und einfachen Schritten Konzepte an die Hand geben, in denen Sie erfahren, wie Sie aus extrahierten Zähnen ein körpereigenes Knochenersatzmaterial erstellen können und wie Sie das körpereigene Blut des Patienten nutzen können, um die weich- und hartgewebige Generation unserer Patienten im oralchirurgischen Bereich zu verbessern. Es sind Konzepte, die Ihnen helfen, Patienten auf eine ganz neue Art und Weise zu behandeln, nämlich mit dem Material, die er selbst mitbringt. Material, was wir klassischerweise eigentlich, wie zum Beispiel der extrahierte Zahn, als Abfall sehen wollen. Seien Sie gespannt auf Möglichkeiten, wie Sie als Allgemeinmediziner, Oralschirurg oder MKGler in der Lage versetzt werden, in wenigen Schritten diese Konzepte umzusetzen.